Autos, U-Bahnen, Straßenbahnen und natürlich der Flugverkehr, das sind Lärmquellen, die uns ständig umgeben. Aber auch die Musikberieselung in Restaurants und Cafés, also ein Dauerschallpegel, der uns im Alltag verfolgt. Jeder Dritte in Deutschland fühlt sich inzwischen belästigt von Lärm. Und wir wollen uns heute mit einem dieser Lärmquellen beschäftigen, nämlich mit dem Fluglärm. Wir sind hier in Berlin in der Nähe des Kanzleramtes und hier findet eine Demonstration von Bürgerbewegungen statt gegen den Fluglärm. Vor allen Dingen betrifft das Anwohner an den großen internationalen deutschen Flughäfen und zum Beispiel in Frankfurt, aber auch in München, in Köln zum Beispiel durch den Nachtflug und an anderen Flughäfen gibt es immer wieder Bürgerproteste gegen Fluglärm, mit dem wir uns heute einmal auseinandersetzen wollen. Wir wollen nicht nur berichten über diese Demonstration hier in Berlin kurz vor der Wahl, was sicherlich kein Zufall ist, sondern auch darüber berichten, was man tun kann, um den Fluglärm zu reduzieren oder über Gebiete zu lenken, wo er nicht ganz so unangenehm ist. Jeder Dritte, wie gesagt, ist von Lärm inzwischen belästigt oder fühlt sich davon belästigt und immerhin jeder Sechste schon von Fluglärm. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Quelle. Und wir wollen einmal schauen, was denn Lärm überhaupt ist, denn so ganz einfach ist das gar nicht mit dem Lärm. Ohren sind immer auf Empfang, 24 Stunden am Tag. Selbst im Schlaf. Denn das Gehör hilft nicht nur bei der Kommunikation, es ist auch ein Warnorgan. Der Hörsinn ist der erste Sinn, mit dem ungeborene Babys im Mutterleib Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Bereits im siebten Schwangerschaftsmonat reagieren sie auf Geräusche und erkennen Stimmen. Geräusche bewegen sich wellenförmig durch den Raum. Im Innenohr gelangen die Schallwellen zum Trommelfell und versetzen es in Schwingung. Diese Vibration aktiviert die Gehörknöchelchen. In der Ohrschnecke übertragen die Sinnesherrchen Signale an den Hörnerv. Vom Hörnerv gelangen die Informationen zum Gehirn. Hier werden die elektrischen Signale entschlüsselt und die unwichtigen Informationen herausgefiltert. Zu Spitzenleistung fähig ist das Gehör von Musikern. Sie können bis zu 7000 Tonhöhen erkennen. Aber auch untrainierte Ohren nehmen feine Nuancen der Lautstärke, der Klangfarbe und Höhe wahr. Gleichförmige Geräusche wie Blätterrauschen oder Vogelswitschern empfinden wir als angenehm ruhig. Totale Stille dagegen klingt unangenehm. Sie ist uns fremd. Sie macht sogar Angst. Regelrecht krank macht uns Lärm. Er versetzt uns in Stress und verursacht zu hohen Blutdruck. Fluglärm kann also krank machen, wie anderer Lärm auch. Und das ist das Hauptargument der Fluglärmgegner, die hier demonstrieren in Berlin. Einer der Organisatoren, Ralf Müller, ist bei mir. Herr Müller, Sie sind von der Bürgerinitiative Friedrichshagen. Das weist ganz deutlich auf die besondere Situation auch in Berlin hin. Sie haben einen neuen Flughafen, der allerdings noch nicht in Betrieb ist. Und wir wissen immer noch nicht, wann er in Betrieb geht. Aber Sie demonstrieren natürlich schon mal gegen die alten Flughäfen und deren Lärmbelästigung, aber auch gegen die neuen. Was ist das zentrale Problem dabei? Also das zentrale Problem ist, wie das Motto ausdrückt, Schall und Rauch. Ganz real geht es um Schall und Rauch aus dem Verkehr, speziell beim Flugverkehr, als Belastung für die Bürger. Viele haben die Nase und auch die Ohren mittlerweile voll davon. In Berlin, Tegel, in München, in Frankfurt. Aber Schall und Rauch bedeutet auch, dass die Politik mittlerweile mit dem Thema nicht mehr richtig umgehen kann. Es geht um falsche Versprechen. Es geht bis hin zur Vortäuschung falscher Tatsachen. Wir fordern deswegen eine Lärmwende und eine Wahrhaftigkeitswende in Deutschland. Das betrifft nicht nur uns in Berlin, das betrifft alle in Deutschland. Aber werden Sie mal konkret. Sie sagen, die Politik geht da nicht offen mit den Dingen um. Was haben Sie denn zu kritisieren? Es gibt ja Regelungen. Man hat ein Nachtflugverbot in Deutschland. Zum Beispiel ausgenommen ist allerdings Köln, wo es viel Frachtflugzeuge nachts gibt. Aber überall wird ja eingeschränkt von den Flugzeiten. Also es geht in Berlin ganz konkret um das Thema Schallschutz. Man hat im Planfeststellungsbeschluss für den neuen Flughafen ein Schallschutzniveau festgelegt. Und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat 2013, also in diesem Jahr festgestellt, dass die Regelungen systematisch verfehlt werden. Und ich glaube, da muss man nicht weiter kommentieren, was hier sozusagen an falschen Versprechungen läuft. Nun weiß die Politik ja. Und wir sind im Wahlkampf. Wir sind hier im politischen Zentrum von Berlin, der Hauptstadt, dass man nicht mehr gegen die Bürger agieren kann, dass man Rücksicht nehmen muss, nicht zuletzt wegen der Wahlen. Die Politik ist ja in vielen Dingen auch den Lärmschutzgegnern entgegengekommen. Man hat zum Beispiel Maßnahmen ergriffen, wie die Nachtflugverbote. Was fordern Sie denn jetzt nun zusätzlich? Also das mit den Nachtflugverboten muss man erstmal sehr kritisch bewerten. In Berlin zum Beispiel gilt das Nachtflugverbot, wenn der Flughafen wieder eröffnet, von 0 bis 5 Uhr. Alles davor ist letztendlich Flugzeit. Fünf Stunden Schlaf sind zu wenig. Mediziner haben festgestellt, dass dadurch die Krankheitszahlen hochgehen. Es gibt eine Studie dazu. Das ist unabwendbar. Mittlerweile muss die Politik auch sich über Betriebszeiten Gedanken machen oder Flughäfen in Bereiche legen, wo niemand mehr wohnt. Das ist ziemlich schwierig. Man hat es zum Beispiel in München gesehen, als der Flughafen, der sehr stadtnah lag, in Riem, rausgelegt worden ist nach Erding. Da hat man gesagt, mein Gott, der liegt ja so weit draußen, da will ja kein Mensch hinfahren zum Fliegen. Inzwischen ist das der zweitgrößte und frequentiersteste in Deutschland. Die Frage ist, man kann es ja nicht auf die grüne Wiese legen. Sie haben hier das Beispiel in Berlin, Speerenberg, weit im Süden, hätte ein Flughafen gebaut werden können. Dann muss man aber hinkommen. Dann gibt es Infrastrukturprobleme. Also irgendwo muss man ja einen Kompromiss finden. Wo sehen Sie den? Also der Kompromiss kann sicherlich nicht sein, wieder einen stadtnahen Flughafen zu bauen, wie hier in Berlin. Der eben angesprochene Schallschutz wird etwa in einer Größenordnung von 700 Millionen Euro liegen, um die Menschen in Schallschutzkäfige einzusperren. Dafür bauen andere einen komplett neuen Flughafen für diese Summe. Also muss es sozusagen das Nebeneinander räumlich getrennt geben. Man hat ein Raumordnungsverfahren durchgeführt im Vorfeld. Da ist Schönefeld an letzter Stelle gelandet. Hier muss man ganz klar sagen, es geht nicht um Entfernung, sondern es geht um Geschwindigkeit des Erreichens. Man muss dann auch die richtige Verkehrsinfrastruktur bauen, um schnell einen abwärts, auswärts gelegenen Flughafen zu erreichen. Das ist kein Hexenwerk. Andere Länder machen es vor. Die bauen neue Flughäfe 40, 50 Kilometer außerhalb und können trotzdem schnell diese Flughäfen erreichen. Mit einer Bimmelbahn natürlich nicht. Jetzt, wenn wir in Deutschland schauen, besondere Belastungen gibt es im Rhein-Main-Gebiet durch den größten deutschen Flughafen in Frankfurt. Da gibt es jetzt auch eine neue Bahn, die sehr umstritten war und auch weiterhin ist, weil ganz neue Zonen von Fluglärm inzwischen betroffen sind. Ja, das ist ein Kernproblem in Deutschland. Flugrouten können sich jederzeit ändern, heißt es. Das heißt, niemand kann sich mehr sicher sein, nicht von Flugrouten betroffen zu sein. Knapp oberhalb von 600 Metern dürfen die Flugzeuge überall in Deutschland geführt werden. Es bringt praktisch überhaupt keine Schutzgebiete, was das anbelangt. Und das Problem ist eben, es müssen andere Regeln gefunden werden. Es muss verlässliche Regeln geben, wo Flugzeuge zu erwarten sind und wo nicht. Ich sage mal ein konkretes Beispiel aus unserem Umfeld. Leute haben sich informiert über den neuen Flughafen BER. Dort hat man gesagt, welche Gebiete betroffen sein werden und welche nicht. Die Leute sind weggezogen aus den betroffenen Gebieten. Und dann hat man kurz vor Eröffnung jetzt gesagt, nee, April, April, die Flugrouten gehen woanders her. Und dieselben Leute sind wieder unter den Einflugschneisen, jetzt in einem ganz anderen Gebiet. Das kann in Deutschland nicht sein. Da muss Politik, da muss Planung verlässlicher sein. Danke, Herr Müller, zunächst einmal. Und tatsächlich wollen wir uns ein konkretes Beispiel hier in Berlin, in Schönefeld, mal anschauen. Denn tatsächlich gibt es da ganz heftige Diskussionen um die Verlegung von Flugrouten. Die Wut ist groß, ringsum Schönefeld. Die Siedlung liegt zwischen zwei Staaten und Landebahn. Also wir haben von jeder Seite. Der Fluglärm nervt die Anwohner. Wie fühlen Sie sich da nicht vom Flughafen? Na, wie der letzte Dreck. Schon 40 Dezibel machen krank. Hier messen sie 76. Solche Werte noch höher sind auch schon vorher gekommen. Und jetzt kommt der neue Flughafen. Jetzt wird er noch schlimmer, ja. Ob man denn hier noch leben kann? Also ich glaube nicht. Schönefeld, an der Grenze von Berlin und Brandenburg. Größer soll der neue Flughafen werden und lauter. 250.000 Starts und Landungen pro Jahr sind geplant, viermal mehr als bisher. Nebenan in Bohnsdorf würde es also noch viel lauter als jetzt schon. Hier treffe ich Michael und Heike Sambale. Sie sind wütend auf die Flughafengesellschaft, denn die gewährt nur dann Schallschutz, wenn die Zimmerdecke mindestens 2,10 Meter hoch ist. Das war sie auch mal, bevor die Sambales renoviert haben. Wir konnten nachweisen, dass wir selber die Decken abgehangen haben, selber so, dass es tiefer ist, die Decke. Ursprünglich waren es 2,50 Meter. Aber wie gesagt, es wurde nicht anerkannt. Es zählt nur als Garderobenraum. Das Haus der Sambales wurde 1930 gebaut, nach der damals geltenden Bauordnung. Ein Gutachter des Flughafens aber erklärte den Sambales, geschützt würde nur, was der aktuellen Bauordnung entspricht. Das gilt auch für das Gästezimmer unterm Dach. Was ist jetzt das Problem mit diesem Raum? Es ist die Deckenhöhe statt 2,10 Meter. Wie es vorgeschrieben wird, ist es nur 2,07 Meter hoch. Und zum anderen ist angeblich kein Fenster drin, also eine unzureichende Belichtung. Dabei ist dieses Fenster wohl wirklich nicht zu übersetzen. Doch es ist eben kleiner, als die Bauordnung vorschreibt und somit von Amts wegen nicht vorhanden. Also auch hier kein Lärmschutz. Was haben Sie denn für einen Eindruck vom Flughafen? Haben die wirklich Interesse daran, Sie vor Lärm zu schützen? Nein, eindeutig nicht. Also wir gehen inzwischen davon aus, dass die warten, dass wir sterben, damit sie Geld sparen. So hart wie das klingt, aber es ist tatsächlich. In Blankenfelde, am anderen Ende der Startbahnen, wohnt Gudrun Klaus. Auch bei ihr war der Flughafengutachter und bot an, ein einziges Fenster dämmen zu lassen. Sie haben ein Wohnzimmer mit eins, zwei, drei Fenstern, aber nur eins wird gedämmt. Die dicken Scheiben sollen den Fluglärm schlucken. Doch der Flughafen wollte bislang nur für eine, die rechte Seite, zahlen. Eigentlich liegen wir ja mit dem Haus zwischen zwei Start- und Landebahnen. Also Sie haben links eine Startbahn, rechts eine Startbahn. Ja. Und kriegen aber nur die eine Seite gedämmt. Ja. Wir wissen nicht warum. Ein Fehler sei das, meint Gudrun Klaus und forderte ein neues Angebot. Doch die Flughafenbetreiber lassen sie warten. Seit Monaten. Das heißt für uns natürlich die Hängepartie, seitdem wir Schallschutz beantragt haben, können wir was machen, können wir nichts machen, machen was, gehen wir in Vorleistung, kriegen wir das Geld überhaupt wieder nachher oder ein Teil wieder vom Flughafen. Das wissen wir alles nicht. Sorgen auch in Bohnsdorf. Heute gab der Flughafen zwar etwas nach, es soll besseren Lärmschutz geben. Doch so gut wie vom Gericht gefordert, will der Flughafen die Anwohner dann doch nicht schützen. Da gibt es ein Urteil und pff, scheiß drauf. Da wurde zu lange rumgedreht an Rechtsanwälte, die ja noch Geld verdienen, um das wieder zunichte zu machen. Und da frage ich mich, wo wir hier leben. Von einer Republik oder wie, ich weiß nicht. Auch heute gibt es keine Sicherheit, wie gut sie geschützt, wie hoch sie entschädigt werden. Das Warten auf den Lärmschutz geht heute. Ja, Lärm ist natürlich im Zweifel auch das, was wir hier im Hintergrund hören. Denn inzwischen haben sich hier schon einige Hundert versammelt. Wir werden gleich auch auf die Veranstaltung eingehen. Ich möchte aber zunächst mal mit Martin Delius von den Piraten sprechen. Sie haben ein ganz spezielles Problem mit dem Lärmschutz, beziehungsweise dem Fluglärm hier in Berlin. Warum gibt es da so heftige Proteste? Wir haben jetzt einiges an Problemen gesehen. Ja, vor allen Dingen deswegen, weil der gesetzliche Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner an diesem Standort Schönefeld, für den neuen Flughafen nicht eingehalten wird. Das wissen wir inzwischen, es ist sicher, auch gesichert, weil auch nicht darüber informiert wurde, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann an diesem Standort. Und dagegen protestieren die Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass da bewusst falsch oder nicht informiert wurde? Es wurde zumindest nicht alles gesagt, was man hätte sagen können. Also bewusst weggelassen muss man dann attestieren. Vor allen Dingen auch deswegen, weil der Standort und das Projekt so, wie es da jetzt geplant war, sonst nicht durchsetzbar gewesen wäre. Berlin-Brandenburg, da sind sozusagen zwei beteiligt, nämlich einmal Berlin und einmal das Land Brandenburg. Das ist natürlich auch eine Prestigefrage für die entsprechenden Politiker, sowohl für Herrn Platzeck als auch für den regierenden Bürgermeister in Berlin. Hängt das so ein bisschen mit dem Prestige dieser beiden Herren auch zusammen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade der regierende Bürgermeister Wobereit hat das Projekt ja zu seinem Projekt, zu seinem Kind gemacht. Und dass jetzt so viele Schwierigkeiten erst zu spät an die Öffentlichkeit gedrungen sind, das Desaster so spät kam, so heftig kam, das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass Menschen ihre politische Zukunft mit dem Projekt verknüpft haben und eben nicht Bescheid gesagt haben rechtzeitig. Ist das der Grund, warum man auch jetzt so schlecht zurückweichen kann und Kompromissvorschläge finden kann? Ja, das droht natürlich maximaler Gesichtsverlust, gerade für die Entscheider, die auch schon in der Frühphase dabei waren, mitentschieden haben, gesagt haben, wo der Flughafen hin soll, gegen alle rechtlichen Empfehlungen und auch sachlichen Empfehlungen. Die müssten jetzt zurückrudern und zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das fällt manchen Politikern eben sehr schwer. Herr Delius, nun überschauen Sie das nicht nur in der Berliner Situation, sondern auch bundesweit. Ist das übertragbar? Das Problem Flughafen, was wir hier haben, das Problem mit zu wenig Bürgerbeteiligung, zu wenig Transparenz über den Baufortschritt, die politischen Entscheider, die mit reinregieren in die sachlichen Entscheidungen, die an der Baustelle getroffen werden, das haben wir bei ganz vielen Großprojekten. Das haben wir zum Beispiel in der Elbphäulharmonie in Hamburg ganz stark. Das ist nur ein Beispiel. Vielen Dank, Herr Delius. Und natürlich ist Fluglärm vor allen Dingen für Familien, für Kinder ein großes Problem im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Da gibt es eine neue Start- und Landebahn in Frankfurt. Und dadurch werden nun plötzlich Menschen von Fluglärm betroffen, die vorher von ihm geschützt waren. Ein Beispiel wollen wir Ihnen zeigen. Fluglärm von morgens um 5 bis nachts um 11. Im Minutentakt direkt über den Köpfen. Die 4 Kinder von Familie Kistenpfennig sind unausgeschlafen, gereizt, genervt. Es ist das Doofe, dass die Flieger dann immer so laut sind und ganz nah über das Dach fliegen. Und manchmal denke ich auch, die rammen das Dach. Fluglärm nervt nicht nur, er kann sogar gefährlich werden. Besonders für Kinder, das belegen Studien. Die Stressbelastung, die für Kinder entsteht durch Lärm, hat unterschiedliche Effekte. Zum einen, das Verhalten der Kinder wird nachteilig beeinflusst. Sie werden streitbereiter, unruhiger, unfreundlicher zu ihren Spielkameraden. Und auf der anderen Seite wissen wir aus der RANCH-Studie und anschließenden Studien, dass diese Stressbelastung auch dazu führt, dass Stresshormone wie Adrenalin oder Kortison verstärkt ausgeschüttet werden. Was wiederum auch erklärt, warum man bei diesen Kindern erhöhte Blutdruckparameter messen kann. Mediziner, Patientenorganisationen und Umweltverbände warnen. Mehr geht nicht. Fluglärm macht krank. Sie setzen sich ein für ein striktes Nachtflugverbot, fordern mehr Schutz für Kinder. Und Ruhe rund um Krankenhäuser. Die Kinderklinik Mainz liegt in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens. Durch den ständigen Fluglärm leiden manche der kleinen Patienten an Schlafmangel und Unruhe. Und dabei sollen sie jedoch gesund werden. Das bedeutet, dass sie auch einen erhöhten Bedarf an Erholungsphase und Ruhe haben. Insofern ist für uns hier im Krankenhaus, vor allen Dingen für die Patienten, jede Maßnahme, die dazu führt, dass Ruhe erhalten wird, wie z.B. ein Nachtflugverbot eine ganz, ganz wichtige Unterstützung unserer Arbeit und die Gesundheit der Patienten. Schallpegel von 72 Dezibel im Garten bei Kistenpfennigs. Kaum auszuhalten, aber an der Tagesordnung. Jeden Tag fragen sich die Eltern, ob sie das ihren Kindern noch zumuten dürfen. Fliegt jetzt hier gerade rüber, hörst du? Ja. Und der fliegt jetzt genau über das Krankenhaus hier vorne und dann bei uns übers Dach. Da oben. Weiß ich auch nicht. Keine Pause für Ohren und Nerven. Manchmal hilft nur eins. Raus aus der Lärmhölle, rein ins Haus. Hier ist es wenigstens etwas leiser. Emma, Anne, Max und Evi sollen einen normalen Start ins Leben haben. Sie machen Sport und Musik, wachsen zweisprachig auf. Doch wegen des Lärms machen ihre Eltern sich Sorgen um die Zukunft. Die Gesundheit der Kinder ist einfach gefährdet. Langfristig wie auch jetzt sofort. Sie können sich wieder in der Schule richtig konzentrieren aufgrund des Lärms. Aber auch die Schadstoffbelastung, die ist dramatisch. Auch die Mutter selbst spürt den ständigen Schlafmangel. Oft ist sie einfach nur verzweifelt. Das kann man eigentlich einem Kind nicht antun. Auch nicht uns, aber ein Kind noch weniger. Die haben das ganze Leben noch vor sich. Vor eineinhalb Jahren wurde am Frankfurter Flughafen die Landebahn Nordwest eröffnet. Das Haus von Familie Remsberger liegt nur vier Kilometer entfernt. Die 13-jährige Lea geht hier zur Schule. Lernen im Lernen. Wenn man zum Beispiel mit dem Kopf rechnen muss und dann die Lösung hat und dann kommt ein Flugzeug und dann unterbricht man das Schreiben irgendwie automatisch. Bei mir ist das so. Und dann hat man die Lösung vergessen, wenn es dann wieder weg ist. Und man muss nochmal ausrechnen, dann verschwendet man ziemlich viel Zeit mit den Hinsorgern. So geht es nicht nur Lea. Kinder, die von Fluglärm betroffen sind, haben es schwerer in der Schule. Das ist bewiesen. Untersuchungen mit Kindern, vor allen Dingen in der Altersgruppe zwischen 8 und 12 Jahren, aus den vergangenen 10 Jahren, zeigen, dass Fluglärm auch nachhaltig Einfluss hat auf die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten, also Frage, Lernverhalten, Lesefähigkeit oder aber auch Umgang in Gemeinschaften. Davor wollen Sonja und Patrick Kistenfennig ihre Kinder so gut es geht schützen. Also wir können ja nur sogenannte Passivschutzmaßnahmen ergreifen, sprich wir tauschen jetzt einen Großteil der Fenster aus, auf eigene Kosten natürlich, dass sie einfach einschlafen können in Ruhe und morgens nicht gleich um halb sechs wieder durch die Gegend springen. Der letzte Ausweg heißt wegziehen. Eigentlich will das hier keiner. Emma, die Älteste, war deshalb schon mit auf einer Fluglärm-Demo. Sie hofft, dass es irgendwann wieder besser wird. Also ich würde erstmal den Fluglärm irgendwie, also wegmachen, die neue Landebahn weg. Ja, und wenn es dann ruhiger wird, dann fände ich das gut. Emmas Wunsch wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Wie unzählige Familien im Rhein-Main-Gebiet müssen alle hier weiter mit dem Krach leben. Wir haben einiges über die Belastung der Anwohner jetzt erfahren. Wir wollen mal einen Arzt fragen, was denn Lärm, was vor allen Dingen Fluglärm ausrichtet bei Menschen. Bei mir ist Professor Hans Baerbohm. Er ist Chefarzt der HNO-Abteilung der Parkklinik Wannsee. Sagen Sie uns mal ganz grundsätzlich, was ist Lärm? Ist das gleich Stress oder kommt das jemal darauf an, was es für ein Lärm ist? Denn Musik kann ja auch Lärm sein. Auf jeden Fall. Die Parkklinik befindet sich in Berlin-Weißensee. Das ist ein anderer Stadtbezirk. Lärm, das sind zunächst Schallwellen. Und diese Schallwellen, die haben eine Amplitude und die haben auch einen gewissen Schalldruck. Und das, was wir physikalisch erleben, das ist viel wichtiger, dass wir auch die Bedeutung, wir nennen das, psychoakustisch bewerten. Denn jeder Lärm hat auch eine Lautstärke. Und diese Lautstärke, die hängt ab von der Frequenz, auch von der Intensität und der Zeit, mit der sie einwirkt. Unser Ohr ist ein richtiges Meisterwerk. Man muss sich überlegen, dass wir das Ticken einer Armbanduhr hören können und gleichzeitig auch das Starten eines Düsenjets. Deshalb wird die Lautstärke im Dezibel gemessen. Das ist eine logarithmische Einheit. Und das ist wichtig für das Verständnis. Denn wenn sich eine Lautstärke um 10 Dezibel erhöht, dann verdoppelt sich das subjektive Empfinden. Wir empfinden den Lärm doppelt so laut. Also eine logarithmische Einheit. Und es ist so, dass Lärm, das wissen wir heute aus verschiedenen Studien, natürlich auch eine Bedeutung hat, dass er Menschen krank machen kann. Und deshalb gibt es auch durch den Gesetzgeber verschiedene Reglementarien. Wir haben beispielsweise das Fluglärmgesetz, das ist älter, das ist von 1971. Wir haben eine Novelle des Deutschen Bundestags von 2006. Wir haben auch das Umweltbundesamt, was sich mit dem Thema befasst hat. Und wir haben auch die WHO, die Standards herausgibt. Es ist so, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem tagsüberwirkenden Lärm und einem nächtlichen Lärm. Und der nächtliche Fluglärm, der ist von besonderer Bedeutung, weil er das Ohr in besonderer Weise trifft. Es gibt keine Störgeräusche. Und eine Verkürzung, beispielsweise der Nachtruhe, das ist etwas, was gesundheitliche Folgen hat. Jetzt müsste man ja eigentlich danach, was Sie erzählt haben, folgern. Wenn wir einen gewissen Nachtflug nicht mehr gestatten, wenn wir den Schlaf nicht mehr stören, dann haben wir eigentlich das Problem des Fluglärms kaum noch. Ist das nicht aber auch sehr subjektiv? Der eine stört sich mehr als der andere? Genau so ist es. Deshalb hat sich auch der 115. Deutsche Ärztetag im vorigen Jahr mit diesem Thema befasst. Und er hat eine vollkommene Novellierung des Fluglärmgesetzes gefordert. Denn wir müssen ja wissen, dass, wie Sie schon sagen, dass jedes einzelne Lärmereignis ja zur Ausschüttung von Adrenalin, von Katechkolaminen führt. Und jedes einzelne Lärmereignis hat ja Folgen des Organismus. Bis es dann zu überschwelligem Lärm kommt, der eindeutig gesundheitsschädigend ist. Wir haben ja nicht nur eine Lärmquelle, über die wir reden müssen, sondern der Autoverkehr ist ja eine Dauerlärmquelle. Da kommen ja mehrere zusammen. Addiert sich so etwas? Ist sozusagen der Fluglärm die Spitze des Eisbergs? Ja, sicherlich. Es gibt verschiedene Formen des Verkehrslärms. Wenn Menschen an einer Bahntrasse wohnen, dann haben sie Probleme natürlich auch mit dem Bahnlärm. Das Besondere beim Fluglärm ist, dass er gerade in den Gemeinden, die sich doch dicht um die Startbahn befinden, denn hier entsteht der größte Lärm, wenn diese großen Jets in die Luft bewegt werden müssen, dass die schon eben auch solchen Lautstärken ausgesetzt werden, dass dieser direkt aufs Innenohr toxisch sein kann. Lautstärken über 85 Dezibel führen direkt zu Innenohrschäden. Darüber hinaus gibt es eine große Palette von indirekten Lärmfolgen. Das sind Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, psychische Veränderungen. Und besonders bei Kindern natürlich auch haben deutsche Lärmintensitäten Einfluss auf die Entwicklung der Kinder, auf die schulische Leistung und auch auf die kognitiven Fähigkeiten. Professor Beerbohm, danke, dass Sie bei uns waren. Lärm macht also krank. Da muss etwas getan werden. Ärzte sind sich da einig. Aber die anderen Lärmquellen, die kommen halt alle noch dazu. Und es kommt hinzu, es ist natürlich auch immer eine Frage des Eigeninteresses. Das heißt, wenn ich in Urlaub fliegen möchte und möchte nachts auch zurückkehren können, dann bin ich natürlich sehr daran interessiert, auch einen gewissen Nachtflug akzeptieren zu können. Wie zum Beispiel in Köln-Bonn. Das folgende Beispiel zeigt, dass Urlauber ganz gerne nachts zurückkommen und nicht irgendwo in der Fremde landen wollen. Und da sind zwei unterschiedliche Interessen, die irgendwo einen Kompromiss finden müssen. Daniel und Daniela Lenzen wollen nach Fuerteventura. Zwei Wochen Sonne tanken. Heute fliegen sie am Nachmittag. Gerne nutzt das Paar aus Bornheim aber auch mal Flüge in der Nacht. Man ist auch von dem Verkehr her pünktlicher da. Man hat nicht so viel Verkehr auf der Autobahn. Man hat mehr vom Tag, wenn man so früh wie möglich am Urlaubsort ist. Vom geplanten Nachtflugverbot für Passagiermaschinen wären verschiedene Fluggesellschaften betroffen. Gerade zur Urlaubszeit nutzen die Unternehmen die Möglichkeit, die der Köln-Bonner Flughafen bietet. Als einziger in der Region. Und diese Nachtflüge seien wichtig, meinen Branchenvertreter. Beim Tourismusverkehr aus Köln-Bonn haben wir es zu tun, vor allen Dingen auch mit touristischem Verkehr in die Türkei, nach Nordafrika, aber auch nach Spanien. Dort an den Standorten gibt es keine Nachtflugverbote. Und die Fluggesellschaften, die von dort aus fliegen, haben dann einen erheblichen Kostenvorteil gegenüber deutschen Gesellschaften. Und das ist die Konsequenz dann. Sie schädigen also deutsche Fluggesellschaften. Solche Flüge möchte die rot-grüne Landesregierung in Zukunft verbieten. Etwa 6.000 Passagiermaschinen jährlich wären davon betroffen. Im Schnitt sind das 16 Flüge pro Nacht von und ab Köln-Bonn. Das Bundesverkehrsministerium hat sich nun in die Sache eingemischt und bezweifelt die juristische Durchsetzbarkeit. Das sehen Vertreter des Landes aber erst mal locker und wollen nach der Sommerpause mit den verschiedenen Interessensgruppen verhandeln. Wir gehen davon aus, dass wir das Verfahren jetzt ordnungsgemäß fortsetzen, die Anhörung beginnen, die zu Beginn ist, dann eine Abwägungsentscheidung treffen und die dann dem Bund vorlegen. Und dann ist der Bund gefordert, tatsächlich auch Farbe zu bekennen, ob er dem unter anderem einstimmigen Votum des Landtags NRW folgen will oder ob er es erneut blockiert. Der Flughafen selbst befürchtet durch das geplante Nachtflugverbot große wirtschaftliche Einbußen und den Verlust von mehr als 1.000 Arbeitsplätzen. Der Kölner Oberbürgermeister hat zudem eine weitere Sorge und die betrifft den Frachtverkehr. Bei mir ist einfach die Vermutung da, dass die Frage des Entzugs, der Erlaubnis für Nachtflüge, für Passagiere nur der 1. Schritt ist, um dann im 2. Schritt dann auch den Frachtflug zu verbieten. Und das wäre ein so gravierender Einschnitt in die wirtschaftlichen Potenziale unseres Flughafens. Deswegen muss man den Anfängen wehren. Im Schnitt starten und landen rund 75 Frachtmaschinen pro Nacht in Köln-Bonn. Die Erlaubnis dafür ist den Frachtunternehmen bisher bis zum Jahr 2030 vertraglich zugesichert. Das Ehepaar Lenzen will von dem ganzen Hickhack jetzt allerdings erst mal nichts mehr wissen. Sie kehren Deutschland und den Diskussionen um Köln-Bonn für eine Weile den Rücken. Es ist aber oft auch, dass neu zugezogen sich am meisten aufregen. Und wenn ich mich da niederlasse und Flughafen ist, dann sollte ich mich über die örtlichen Gegebenheiten vorinformieren. Worauf freuen Sie sich bei Fuerteventura jetzt am meisten? Erst mal Sonne, Strand und Meer. Und sie hoffen, dass sie von ihrem Heimat-Airport aus weiterhin bei Tag oder Nacht in den Urlaub starten können. Also der Beitrag hat gezeigt, dass es durchaus unterschiedliche Interessen geben kann. Und wir wollen sprechen über unterschiedliche Interessen, die sich möglicherweise auch zu einem Kompromiss bringen. Und das möchte ich jetzt tun mit Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes. Herr Beisel, wir haben gerade ein Beispiel, wo Urlauber sagen, ja, ich möchte aber gerne nach Hause kommen, auch wenn es nachts ist, wenn die Maschine mal verspätet in Mallorca zum Beispiel gestartet ist. Wo ist die Kompromissmöglichkeit? Wir haben hier bei der Demonstration sehr deutliche Stimmen, die ja quasi keinen Flugverkehr mehr haben wollen. Das kann nicht die Lösung sein. Aber was können Sie als Flughäfen tun? Ich denke, wir müssen da zwei Sachen zusammenbringen. Was Sie gerade angesprochen haben, ist Interessensausgleich. Wenn es um Nachtflug geht, wenn es um Fluglärm geht, dann die ganz klare Aussage von uns als Flughäfen, wir müssen erst mal die Anliegen der Anwohner sehr, sehr ernst nehmen. Und unsere Forderungen sind ja sehr maßvoll. Kein Flughafenverband in Deutschland würde irgendwo sagen, wir müssen an jedem Flughafen Tag und Nacht fliegen, rund um die Uhr. Das wollen wir nicht. Wir brauchen aber an ausgewählten Flughäfen, zu ausgewählten Betriebszeiten eben auch noch den Flugverkehr. Das ist Interesse der Passagiere, die Sie gerade im Beitrag gezeigt haben, im Interesse der Wirtschaft und natürlich auch der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wo Flughäfen als wichtige Infrastrukturen die Vernetzung unseres Landes mit dem Ausland, mit anderen Wirtschafts- und Warenströmen sicherstellen. Es ist immer wieder von diesem großen, wunderbaren Thema Globalisierung, von dem wir langsam nichts nicht mehr hören können, die Rede, weil damit immer wieder begründet wird, dass man Dinge tut, von denen man nicht unbedingt findet, dass sie das Richtige sind. Im Rahmen dieser Globalisierung findet eben auch enorm viel Flugverkehr statt, im Positiven wie im Negativen. Lügen sich nicht diejenigen ein bisschen in die Tasche, die sagen, wir wollen bestimmte Frachtmaschinen gar nicht mehr haben, weil da nämlich die Mobiltelefone mitkommen? Also, was auf alle Fälle richtig ist, wir haben eine zunehmend globale Welt. Das ist auch gut so. Wir haben ein zunehmendes Mobilitätsinteresse von allen Menschen und wir haben diesen internationalen Warenaustausch. Das ist ja gerade die Stärke der Bundesrepublik Deutschland in dieser europäischen Wirtschaftskrise. Und daraus dann wieder abgeleitet, natürlich brauchen wir auch Maschinen, die unerlässlich wichtige Frachtgüter hier hineintransportieren. Das ist ja auch gerade die Stärke der Luftfracht. Was wir natürlich auch wollen, das geht dann ans Thema des Flugzeuges, das zum Einsatz kommt. Und hier wollen ja auch gerade die Flughäfen ihren Beitrag leisten, mit den Partnern bei den Airlines. Warum haben wir denn schon vor vielen Jahren, als die ersten Flughäfen in Europa lärmabhängige Entgelte eingeführt, einfach umzusteuern, um den Airlines einen Anreiz zu geben, immer leisere Flugzeuge einzusetzen. Und genau das muss ja auch unser Ziel sein, dass wir eben immer besser werden im Einsatz der Flugzeuge und damit immer mehr den Lärm reduzieren. Am Tag, aber gerade auch in der Nacht. Gerade in der Nacht sind viele Frachtmaschinen unterwegs. Das ist für die Wirtschaft, wie Sie gerade gesagt haben, auch eine sehr wichtige Funktion. Die Flughäfen steuern so ein bisschen, indem Sie sagen, wenn das laute Maschinen sind, in Köln wird da sehr viel geflogen mit natürlich den Entgelten, so dass man die lauten Maschinen mal wegbekommt. Aber wann kann man denn damit rechnen, dass das ein bisschen leiser wird? Na, ich denke, wir sind ja auch schon alle besser geworden. Es ist ja auch das ureigenste Interesse der Airlines, die Geld sparen wollen, immer effizientere Maschinen einzusetzen und damit immer neuere, immer modernere Flugzeuge. Und die werden auch leiser. Jeder Innovationszyklus bei den Flugzeugherstellern, bei den Triebwerksherstellern verschafft uns eine deutliche Verringerung des Fluglärms. Und damit sind wir ja alle genau im gleichgerichteten Interesse. Wir, die Flughäfen, die Anwohner, wir wollen, dass es leiser wird. Die Airlines wollen, dass es sparsamer und leiser wird durch modernere Flugzeuge. Und damit, glaube ich, sind wir gut unterwegs. Und dann steuern die Flughäfen mit ihren Entgelten noch nach an den einzelnen Standorten. Und damit bewegen wir uns, wie man auch an den Zahlen sehen kann, ganz eindeutig in die richtige Richtung zu mehr Lärmschutz, zu leiseren Umgebungen um den Flughäfen herum. Vielen Dank. Wo es aber noch nicht so richtig zu funktionieren scheint, das ist in Leipzig. Und dieser Frachtflugverkehr vor allen Dingen nachts, der bleibt ein Ärgernis, nicht nur für die Anwohner. Es ist eine Frage, wie man mit diesem Lärm umgeht und vor allen Dingen, wie man diesen Lärm reduzieren kann. Wir wollen das Beispiel Leipzig, eines wichtigen Frachtflughafens in Deutschland, Ihnen einmal präsentieren. Sie alle warten auf Landeerlaubnis. Ihre Bäuche, gefüllt mit Expressfracht. Das heißt, über Nacht müssen diese Briefe und Pakete ihr Ziel erreichen. Deshalb herrscht ab 22 Uhr Hochbetrieb auf dem Flughafen Leipzig-Halle. Denn hier eröffnete DHL das modernste Luftfrachtdrehkreuz der Welt. Allein in dieser Maschine warten gut 80 Tonnen Frachtgut. Das muss entladen, sortiert und weiter verschickt werden. Für den reibungslosen Ablauf ist Andreas Ziemann zuständig. Ihm sitzt ständig die Zeit im Nacken. Das ist Expressfracht. Wenn Sie Ihre Sendung so spät wie möglich aufgeben wollen, weil der ganze Tag mit Arbeit vollgepackt ist. Und das Ziel ist, diese Fracht am nächsten Tag so zeitig wie möglich zu haben, weil die Produktion weitergeht. Dann bleibt uns bloß die Möglichkeit, das in der Nacht zu transportieren. Andreas Ziemann arbeitet schon seit 8 Jahren hier. Damals gab es gerade mal ein Flugzeug. Die Pläne für den Umbau des Flughafens steckten noch in den Kinderschuhen. Mittlerweile starten und landen jede Nacht bis zu 60 Flieger. Mehr Verantwortung, aber auch mehr Freude. Es ist ein Kindheitstraum, mit Flugzeugen zu arbeiten. Schon immer gewesen. Wer diesen Traum nicht hat oder diese Spannung hat, an Fliegern zu arbeiten, der wird das selbst wissen. Mit den Leuten zu arbeiten und allein was hier passiert, was aufgebaut wird, ist der ganze Spaß. Jeder Handgriff sitzt. Um den Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, sind sämtliche Ladeflächen mit Rollen versehen. So können die schweren Container auf die Transportzüge verladen werden. Ist einer voll, rollt der nächste heran. Wartezeiten gibt es so gut wie keine. Mit ihrer Last eilen sie zum Sortierzentrum. Alle großen und kleinen Päckchen müssen nun für ihre weitere Reise aufs Förderband. Es ist schon teilweise sehr anstrengend. Also bis 30 Kilo dürfen hoch. Ab 31,5, dann runter. Alles, was schwerer ist, rüber. Bis Fitnessdrehen. Das ist richtig, das kann man sich sparen. Fitnessstudie kann man sich sparen. Gut 100.000 Päckchen und Großbriefe können hier pro Stunde sortiert werden. Man fragt sich schon manchmal, man guckt doch ab und zu mal drauf, wenn man mal die Zeit hat. Aber die Zeit hast du nicht. Aber man fragt sich schon, was die Leute so manchmal versuchen schicken. Das ist schon erstaunlich. Vor allem, wenn Pakete schon äußerlich auffallen. Sie werden auf eine eigene Förderstraße geschoben und bekommen eine Sonderbehandlung. Lange, sperrige Sachen, die die Maße überschreiten, die jetzt auf der Anlage gehen. Oder schwere Sachen, die im Endeffekt sind. Oder Sachen auch, die jetzt nochmal nachbehandelt werden müssen vom Label her, wo jetzt ein paar unklare Sachen noch zu erkennen sind. Die werden einfach dann nachbehandelt, nochmal recherchiert und die werden dann im Grunde genommen separat behandelt. Ob Surfbrett oder handgeknüpfter Teppich. Sonderfälle gibt es viele. Mit kleinen Elektroautos wird die Fracht zur entsprechenden Station weitertransportiert. Eine logistische Meisterleistung. Strichcodes verraten, wohin die Pakete gebracht werden müssen. Bei den normalen Postsendungen übernehmen das Scanner an der Förderbandanlage. Wie von Geisterhand wird nun Päckchen für Päckchen auf den richtigen Weg gebracht. Das läuft vollautomatisch. Erst am Ende der Sortierstraßen warten wieder Menschen. Sie müssen die einzelnen Pakete nun so verstauen, dass möglichst wenige Lücken entstehen und vor allem nichts verrutscht. Achten müssen wir darauf, dass wirklich alles eingescannt wird, damit auch die Daten alle da sind, im Computer erfasst werden. Und naja, dass wir ordentlich laden, dass so viel wie möglich reingeht. Während in der Verteilerhalle sortiert ein- und ausgeladen wird, landen draußen auf dem Rollfeld immer neue Maschinen. In einer Nacht werden gut 1500 Tonnen Fracht umgeschlagen. Es geht ca. 22 Uhr los. Das sind jetzt die ersten Flieger, die reinkommen, ca. der siebte. Und zieht sich bis sechs Uhr hin. Dann verlassen uns die letzten Flieger in alle Welt. Die Betriebsamkeit am Nachthimmel bekommen auch Ingolf Röhrborn und seine Frau Manuela zu spüren. Sie wohnen nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt. Man schläft vielleicht ein, aber man wird dann irgendwann immer jede Nacht mindestens ein, zwei, dreimal munter. Und da wartet man dann schon wirklich aufs nächste Flugzeug, ehe man dann wieder einschlafen kann. Und es geht nicht nur um Lebensqualität, sondern auch um ihre Existenz. Die Familie betreibt in Hohenhaider eine kleine Pension. Bisher waren sie gut im Geschäft, vor allem wegen der zentralen Lage. Die Leipziger Innenstadt, Messegelände und Flughafen, alles in unmittelbarer Nähe. Doch der nächtliche Fluglärm vertreibt selbst langjährige Stammgäste. Ich weiß nicht, ob die Arbeitskräfte das aufwiegen, dass so und so viele tausend Leute Lebensqualität verlieren. Oder auch ihr Grundstück, was sie aufgebaut haben, ihr Existenzgrundlage da verlieren. Bisher schlugen alle Bemühungen der Anwohner, ein Nachtflugverbot zu erzwingen, fehl. Die Flugzeuge sind in den letzten Jahrzehnten immer leiser geworden. Etwa 50 Prozent an Lärm wird inzwischen durch die Flugzeuge eingespart. Aber man kann auch einiges tun, um Anwohner nicht ganz so stark zu belasten. Zum Beispiel anders an- und abfliegen. Es gibt neue Navigationsverfahren, die es möglich machen, Flugzeuge so zu lenken, dass sie ja mehr oder weniger um die lärmgeplagten Anwohner herumfliegen. Und vor allen Dingen bei An- und Abflug steiler fliegen. Und damit sehr viel weniger Betroffene vom Fluglärm zurücklassen. Ein Beispiel im Folgenden. Düsseldorf-Lohhausen. Alle paar Minuten kommt einer. Es ist immer schön, wenn es weniger Fluglärm wäre. Es fliegt ja gerade wieder einer. Aber die Leute wollen in Urlaub fahren. Irgendwo müssen die Flugzeuge dann ja auch fliegen. Man muss Gespräche unterbrechen. Das merkt man hier natürlich alle paar Minuten. Das könnte sich irgendwann ein bisschen ändern. Bei Testflügen haben Forscher jetzt neue Anflugrouten untersucht. Das Ziel, beim Landeanflug sollen weniger Anwohner belästigt werden. Die Idee ist ganz einfach. Die Piloten fliegen möglichst um Wohngebiete herum. Voraussetzung dafür ist ein neues Satelliten-Navigationssystem. Damit können die Piloten bis auf einen Meter genau navigieren und Kurven fliegen, auch noch kurz vorm Landen. Bisher können sie mit dem gebräuchlichen System nur geradeaus auf eine Landebahn zusteuern. Und das schon 20 Kilometer vor dem Aufsetzen. In Zukunft ist das eben nicht ein Signal, sondern es sind mehrere Signale, die das Flugzeug dann in der Luft navigieren. Und deshalb ist es ein anderer Flug. Auch ein Stück mehr vielleicht an der Stelle an Aufmerksamkeit vom Piloten verlangt, weil er eben nicht einfach nur permanent vor sich direkt die Landepiste sieht, sondern er sieht sie erst woanders. Und erst in den letzten Meilen wird er dann auf den endgültigen Anflug wiederkommen. Doch das sei für jeden Piloten beherrschbar. Er müsse sich nur mit dem neuen System vertraut machen. Und so könnte ein Anflug auf Düsseldorf künftig einmal aussehen. Noch geht es schnurgerade über Wohngebiete. Künftig wäre eine ganz individuelle Route machbar. Außerdem sinken die Flugzeuge später und steiler. Auch das schont Anwohner. Die Tests scheinen aussichtsreich. Die Fluggäste sollen den um 0,2 Grad steileren Sinkflug nicht spüren. Ich habe diesen Flug jetzt selber mitgemacht. Und die derzeitig angedachte Veränderung des Kleidwinkels, wie das heißt, die merkt kein Passagier. Es ist auch so, dass an verschiedenen Flughäfen jetzt schon durchaus verschiedene Kleidwinkel geflogen werden. Es wird Jahre dauern, bis alle Flugzeuge entsprechend ausgestattet sind. Trotzdem macht das Hoffnung. Also das wäre auf jeden Fall günstig. Würde mich sehr freuen. Weil es anstrengend ist, wenn es so laut ist, finde ich. Also mich stresst das eher. Es ist ein Steinchen im Kampf gegen den Fluglärm. Aber immerhin, es bewegt sich ein bisschen am Himmel. Ja, aber die Flugführung, das sind nicht nur technische Systeme, sondern das sind natürlich auch die Fluglotsen selber. Und mit was die sich inzwischen beschäftigen, um den Lärm zu reduzieren, das möchte ich jetzt wissen von Roman Glöckner von der Gewerkschaft der Flugsicherung. Herr Glöckner, Sie sind hier aus Berlin, sind Fluglotse in Berlin. Was macht man denn an Ihrer Stelle, an der Stelle der Fluglotsen, um den Lärm von Flugzeugen zu reduzieren? Ja, als erstes achten wir darauf, dass die Flugzeuge auch ihre Routen einhalten. Das ist das. Die Routen sind geschrieben, um so wenig wie möglich Lärm zu emittieren. Und wir achten darauf, dass sie das auch tun. Dass sie da nicht abweichen von, sondern dass sie sich an die Routen in Flughafennähe auch halten. Andererseits sind wir auch bestrebt, haben wir auch Anweisungen zu bestimmten Zeiten, besonders die Nachtzeiten, die Flugzeuge nicht über dicht besiedelten Gebieten fliegen zu lassen. Ab 22 Uhr hat der Lärmschutz bei uns definitiv eine sehr hohe Priorität, mit die höchste Priorität nach der Sicherheit. Und deshalb führen wir die Flugzeuge auch in diesen Zeiten von 22 bis 6 Uhr beispielsweise über Gebiete, die nicht so stark besiedelt sind, soweit sich das machen lässt. Sagen Sie doch mal, ich als Laie stelle mir jetzt vor, da kommt eine Maschine, was weiß ich, zum Beispiel aus Köln oder aus München nach Berlin geflogen. Wie führen Sie die denn so, dass die möglichst wenig Lärm hier hinterlässt in Berlin? Ja, als erstes führen wir sie nach den veröffentlichten Verfahren. Das heißt, die Verfahren sind kontrolliert, dass sie so wenig wie möglich Lärm imitieren. Und wir achten darauf, dass sie auch auf diesen Verfahren bleiben. Und andererseits zu Zeiten, wo wir also die Möglichkeiten haben, wo der Verkehr nicht so stark ist, führen wir sie auch um diese dicht besiedelten Gebiete herum. Das lässt sich aber nur machen, wenn bestimmte Voraussetzungen wie Wetterbedingungen beispielsweise und die Anzahl der Flugzeuge auch entsprechend sind. Dann können wir uns dann auf diese Sachen konzentrieren. Die erste Priorität hat immer die Sicherheit. Dann kommt Effizienz und Flüssigkeit des Verkehrs unter Berücksichtigung von Lärmschutz und auch von Emissionen. Dann sind die ganz modernen Maschinen ja auch in der Lage, sehr viel steiler zu fliegen, schneller zu sinken. Werden all diese Dinge mit einbezogen? Ja, das sind auch Projekte, die im Rahmen der deutschen Flugsicherung und auch der europäischen Flugsicherung sehr vorangetrieben werden. Das sind steilere Anflug- und Abflugwinkel, dass die Flugzeuge nicht so flach auf den Flughafen zufliegen, sondern in steileren Winkeln oder auch die sogenannten segmentierten Anflugverfahren. Das heißt, dass sie nicht mehr auf einer Linie 20 Kilometer gerade auf den Flughafen zufliegen, sondern zu bestimmten Zeiten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, auch um Wohngebiete, dicht besiedelte Gebiete herumgeführt werden und dann erst kurz vor dem Flughafen letztendlich auf den Endanflug einschwenken. Das wird auch schon in der Praxis umgesetzt. In Frankfurt kenne ich den Fall, dass wirklich bei etwas weniger Verkehr die Flugzeuge dann schon so geführt werden, dass sie also nicht mehr diesen langen Strich vor dem Flughafen abfliegen müssen, sondern dass sie dann erst am Ende, kurz vor dem Flughafen, dann auf diesen Endanflug einschwenken und somit die dicht besiedelten Gebiete unter dem Endanflug letztendlich verschont werden. Wenn Sie jetzt mal zurückdenken an Ihre Praxis als Fluglotse in den letzten Jahren, die Flugzeuge werden immer genauer kontrolliert und wie Sie sagen, eben unter den Prioritäten, dann eben auch wegen des Fluglärms entsprechend geführt. Kommt da noch einiges an Verbesserungen auf uns zu? Ja, sicherlich. Diese Projekte, von denen ich gesprochen habe, werden immer weitergeführt. Die Technik in den Flugzeugen wird immer moderner, auch die Technik am Boden wird immer moderner. Wir bekommen immer genauer die Positionen der Flugzeuge mitgeteilt, sodass wir da auch genauer eingreifen können, sodass also auch lärmgeminderte Verfahren genauer kontrolliert und abgeflogen werden können. Es ist so, in Flughafennähe wird man es nie vermeiden können, Fluglärm zu erzeugen. Das ist so. Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Aber gerade in diesen feinen Stellschrauben kann man noch drehen, dass also genauer geflogen wird und dass also diese veröffentlichten, lärmgeminderten Verfahren auch noch genauer eingehalten werden. Herr Glöckner, vielen Dank. Ja, nachdem wir einiges gehört haben zum Problem des Lärmschutzes bzw. des Fluglärms, wollen wir hier auf die Begegnung von Fluglärmgegnern und Bürgerinitiativen eingehen. Wir wollen Ihnen einen kurzen Ausschnitt einmal zeigen von dem, was hier an Reden und an Themen diskutiert worden ist. Nur mit einer anderen Politik, nicht mit mehr Geld, gibt es eine klima- und menschenfreundliche Alternative. Nach dem Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin und der zwischen Berlin und Hannover gibt es keinen Flugverkehr mehr zwischen diesen Städten. Ähnlich ist es zwischen Paris und Brüssel, zwischen Paris und London oder zwischen Madrid und Barcelona. Wenn die Zugfahrt nur eine Stunde länger als der Flug dauert, bevorzugen die Menschen die Bahn. Und auf diesen Realitionen nach Hannover und nach Hamburg ist die Bahn von Stadtmitte zu Stadtmitte sogar eine Stunde schneller. Man stelle sich vor, nur zehn Jahre lang würden die den Airlines jedes Jahr von uns allen geschenkten 30 Milliarden Euro in die europäischen Bahnen investiert. Wir hätten ein super Eisenbahnnetz, billige Preise und den Flugverkehr halbiert. Das würde bedeuten, nicht nur die Schadstoffemissionen würden halbiert, auch der Lärm würde halbiert. Das wäre menschenfreundlich. Darauf müssen wir setzen. Lärm macht krank. Fluglärm macht besonders krank. Und nur wer gut schläft, kann gut arbeiten. Deshalb fordern wir Grünen in unserem Bundestagswahlprogramm ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr und insgesamt eine andere Verkehrs- und Umweltpolitik. Wir müssen den Klimawandel stoppen, damit unsere Kinder und deren Kinder eine Perspektive haben, auf diesen Planeten zu leben. Wir können und wir wollen das auch. Die Mobilität sichern und den Klimawandel stoppen. Beides ist möglich und dafür wünsche ich uns allen viel Erfolg. Vielen Dank. Ich habe mir heute Morgen noch mal das Fluglärmgesetz durchgelesen. So zum Spaß, morgens beim Kaffee. Und daraus wollte ich mal kurz zitieren. Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm, Paragraf 1. Beim Sinn und Zweck dieses Gesetzes steht hier der Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm. Wenn man sich das Gesetz allerdings genau durchliest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, es geht hier eigentlich darum, die Flughäfen vor den Bürgern zu schützen und nicht die Bürger vor dem Fluglärm. Im Gesetz ist zwar die Rede von Nachtschutzzonen, aber man hat es versäumt zu definieren, was die Nacht eigentlich ist. Man hat auch leider nicht reingeschrieben, wie lang die Nacht denn nun ist. Das führt dazu, dass man sich jetzt überall an allen Flughafenstandorten darum streitet, wie lange die Leute schlafen dürfen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Punkt ist uns aber noch besonders wichtig. Wir wollen nicht, dass die unterschiedlichen Standorte gegeneinander ausgespielt werden. Also es kann nicht nur darum gehen, den Fluglärm in Berlin zu bekämpfen. Ich bin besonders froh, dass überall in Deutschland heute Demos sind. Wir müssen den Fluglärm in Berlin, in München, in Frankfurt und überall sonst bekämpfen. Um das zu tun, brauchen wir ein bundesweites Nachtflugverbot und das muss auch von 22 bis 6 Uhr gelten. Wir sagen Fluglärm, nein danke, bundesweites Nachtflugverbot jetzt. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich mit einem Zitat beginnen. Ich zitiere Luftreinhaltung, unter anderem Schutz von Feinstaub, Lärmschutz, gesunde Böden, saubere Gewässer, gesunde Lebensmittel und intakte Ökosysteme sind Voraussetzungen für Lebensqualität, auf die alle Menschen einen Anspruch haben. Umweltschutz ist damit kein Luxusthema, sondern eine Frage sozialer Gerechtigkeit. So steht es im Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl. Wenn ich mir aber anschaue, was Sozialdemokraten in den letzten Jahren und Jahrzehnten in dieser Stadt getrieben haben, so können auf dem Parteitag, wo dieses Wahlprogramm beschlossen wurde, Berliner Sozialdemokraten ganz sicher nicht angewesend gewesen sein. Weil die Berliner Politik ist das Gegenteil von dem, was sie uns heute in der Opposition versprechen. In Berlin müssen wir erleben, dass Verkehrspolitik getrieben wird, die Verkehrslärm in die Stadt bringen soll. Durch den Flughafen BER werden 900.000, mehr als 900.000 Menschen zusätzlich durch Lärm verlärmt werden. Und dann im Wahlprogramm zu sagen, Lärm ist schädlich, ist richtig, aber dann setzt es in Berlin endlich um. Durch die Autobahn 100.000, und ich bin den Autobahngegnern dankbar, dass sie hier sind. Auch durch die Autobahn 100.000 werden Hunderttausende von Menschen in den Regionen durch zusätzliche Staus, durch zusätzlichen Feinstaub zusätzlich belastet werden. Und deshalb sagen wir auch ganz deutlich als Naturfreunde, und ich hoffe auf eure Unterstützung, Wir unterstützen die Initiative bis Nein zur A100 und wollen dieses unsinnige Verkehrsprojekt beenden in Berlin. Liebe Freunde und Freunde, die Verkehrspolitik von Berlin, sowohl durch die Flughafenplanung als auch durch die Autobahnplanung, wird zusätzlichen Feinstaub in diese Stadt bringen. Und deshalb sagen wir den Herrschenden von Berlin, wir werden uns nicht gefallen lassen, dass ihr systematisch unsere Gesundheit zerstören wollt. Liebe Freunde und Freunde, das, was wir derzeit im Roten Rathaus, das, was wir gegenüber im Kanzleramt erleben, das ist Schall und Rauch. Schall und Rauch, dass sie uns Dinge versprechen, aber in der Realität sie brechen. Schall und Rauch, dass sie Politik betreiben, dass immer mehr Rauch ausgesondert wird, dass immer mehr Menschen krank werden, dass Lärm sich zu Terror entwickelt und dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie nachts schlafen sollen. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, wir kündigen den Politikerinnen und Politikern an, ganz gleich, wie diese Wahl ausgeht, ob die einen oder die anderen regieren. Unser Widerstand geht weiter und wir werden Politikerinnen und Politiker, gleich welcher Couleur, nicht schlafen lassen, bis sie die unsinnigen Flughafenpläne und die A100 auf den Müll der Geschichte geschmissen haben. Liebe Freunde und Freunde, wir Naturfreunde wehren uns aber auch gegen diesen Flughafen, weil die gesamte Verkehrspolitik in diesem Land darauf ausgelegt wird, immer mehr Waren, immer mehr Menschen mit dem Flugzeug zu transportieren, dass Tomaten aus Südafrika hier in die Läden geflogen werden, dass Blumen aus Kenia in die Läden kommen, dass Billigklamotten von Menschen in Bangladesch verbrennen, weil die Arbeitsbedingungen zum Kotzen sind, hier für nichts angeboten werden können und diese Verkehrspolitik dazu beiträgt, dass die Ungerechtigkeit in die Welt getragen werden kann. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist doch geradezu pervers, dass wir bei uns schöne Rosen kaufen können, die in Kenia in riesigen Rosenfarmen gezüchtet werden, wo den Menschen das Grundwasser abgegraben wird, sie nichts mehr zu trinken haben und dafür Flugzeuge eingesetzt werden, um die Rosen hierher zu bringen. Wir machen deutlich, Waren gehören aufs Schiff, Lebensmittel gehören nicht rund um die Welt gefahren und das ständige Zunehmen des Verladens von Waren in Flugzeugen, für die das Nachtflugverbot aufgehoben werden soll, muss beendet werden. Aber, aber liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ja Hoffnung. Wir lesen ja unter anderem, dass der Flughafen langsam im Märkischen Sand versenkt wird, dass er untergeht und wir hoffen natürlich, dass sich das beschleunigt. Wenn er dann mal im Märkischen Sand verschwunden ist, können wir ihn ja eventuell als Tiefgarage benutzen für ein anständiges Park-and-Ride-System hier in Berlin. Liebe Freunde und Freunde, einige meiner Vorredner und Vorderrednerinnen haben darauf hingewiesen, wenn wir uns anschauen, wie sieht denn das hier am Flughafen aus mit den Starts und Landungen. Jeden Tag finden mehr als 42 Starts und Landungen von Flugzeugen statt, die nur nach Frankfurt fliegen oder von Frankfurt zurück. Der Sprinter und der Redner von den Grünen hat richtig darauf hingewiesen. braucht für dieselbe Strecke 3,5 Stunden. Unsere gemeinsame Forderung sollte sein, mehr Sprinter einzusetzen und Kurzflüge, die in Deutschland auf so kurzen Strecken stattfinden sollen, zu verbieten. Es finden, liebe Freunde und Freunde, es finden jeden Tag, also Samstag, Sonntag etwas weniger, über 52 Starts und Landungen für Flüge nach München statt. Nach München braucht heute die Bahn, bevor der ICE fertiggestellt ist, etwa sechs Stunden. Rechnet man die Zeit, die ich zum Flughafen brauche, rechne ich den Flug, die eine Stunde, die ich rumstehen muss, damit ich dann ins Flugzeug komme und die riesen Entfernung vom Flughafen München in die Innenstadt, bin ich heute schon mit dem Flugzeug viereinhalb Stunden unterwegs. Wir Naturfreunde verstehen Verkehrspolitik so, dass wir innerdeutsche Flüge, sei es nach München, nach Nürnberg, nach Dresden, nach Frankfurt oder nach Köln verbieten wollen, weil die Anzahl der Starts und Landungen, über 42 Prozent aller Starts und Landungen in Berlin, sind Kurzflüge, weg müssen von diesem Flughafen. Es kann doch nicht angehen, dass die Menschen unter Lärmterror leiden, dafür, dass eine Stunde Fahrzeit eingespart wird. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, ist unsere gemeinsame Forderung ein bundesweites, ein europaweites Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr nichts, aber auch gar nichts, was die Mobilität einschränkt, was die Möglichkeit des Warenverkehrs einschränkt, sondern wir machen deutlich, ein Nachtflugverbot wird dazu beitragen, dass die Perversität der Verkehrspolitik der letzten 30 Jahre endlich ein Ende haben muss. Aber, liebe Freunde und Freunde, mit Schall und Rauch wollen wir auch deutlich machen, dass wir Nein sagen zur A100. Die A100 ist die dümmste und die teuerste Autobahn, die in Deutschland gebaut werden soll. Es ist eine Verkehrsplanung der 30er Jahre, wenn man sich Berlin mal anschaut, wo die damaligen autofreundlichen Leute davon träumten, dass der Inbegriff der Verkehrspolitik sei, dass die Städte autogerecht erschlossen werden. Das, was wir heute mit der A100 erleben, ist die Umsetzung des sogenannten Berliner Innenstadsrings, der in den 30er Jahren gebaut werden sollte. Wir machen deutlich, wir wollen diese teuerste aller deutschen Autobahnen, wo ein Kilometer 156 Millionen Euro kosten wird, nicht haben. Und wir wollen den Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg, den Menschen, die direkt betroffen sind von den zusätzlichen Staus, die dadurch entstehen, dass Autos bewusst in die Innenstadt gezogen werden, unsere Solidarität entgegenbringen. Die Autobahn ist ein Nachtflug mit Autos auf vier Rädern. Und zudem sagen wir genauso Nein wie zum Nachtflug über die Möglichkeiten des Flughafens. Liebe Freunde und Freunde, alleine mit dem Geld, alleine mit dem Geld, das die A100 verschlingen wird, könnten in Berlin über 120 Kilometer Straßenbahnen gebaut werden. Straßenbahnen, die klimafreundlich wären, die wesentlich mehr Menschen durch die Stadt bringen und die zugleich dazu beitragen, dass diese Stadt ein Stückchen wieder lebenswerter wirkt. Und deswegen fordern wir von allen, die in die Regierung kommen, ich sage von allen, wer in die Bundesregierung kommt, hat diese Schwachsinnsautobahn zu stoppen und das Geld in Berlin für einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr umzulenken. Und lasst mich ein vorletztes Anreden, liebe Freunde und Freunde. Dieser Berliner Senat ist sicher nicht zu schade. Wir gehen in 14 Tagen zur Bundestagswahl und hätten in 14 Tagen darüber abstimmen können, ob wir in Berlin eine Rekommunalisierung der Energieerzeugung wollen und Vattenfall nicht mehr überlassen wollen, der Grundstromanbieter und vor allen Dingen der Leitungsanbieter zu sein. Dieser rot-schwarze Senat hat aber Nein gesagt und zwingt uns, dass wir am 3. November noch einmal zum Volksabstimmungen gehen. Ich bitte euch, unterstützt den Berliner energetisch dabei, dass die Rekommunalisierung möglich wird. Vattenfall ist der Atomkonzern, Vattenfall ist der Kohlekonzern Europas. Er möchte neue Braunkohletagebauer erschließen, er möchte weiterhin Atomstrom einsetzen, ist beteiligt an den Atomstromplanungen, beispielsweise in Polen, wenige Kilometer von Berlin entfernt, sollen neue Atomkraftwerke gebaut werden. Zeigt Vattenfall die rote Karte, geht am 3. November zur Volksabstimmung oder wenn ihr am 3. nicht könnt, macht auf jeden Fall Briefwahl und helft mit, dass auch hier der Rauch aus unserer Stadt verschwindet und Vattenfall hier nicht mehr sein Unwesen treiben kann. Und, liebe Freundinnen und Freunde, ein Letztes. Von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen rechts steht die Initiative, die gegen einen neuen Braunkohletagebau in der Lausitz kämpft. Braunkohle erscheint auf den ersten Blick weit weg von Berlin. Es ist aber einer der Klimakiller Nummer 1 und Vattenfall möchte 1900 Hektar Lausitzer Gegend umgraben, um die nächsten 40 Jahre Braunkohle verfeuern zu können. Zurzeit läuft gerade das Einspruchsverfahren gegen den Braunkohletagebau in Wetzow. Ich bitte euch, geht nachher beim Weggehen noch nach rechts von euch aus gesehen, unterstützt uns, weil die Vattenfaller laufen durch die Gegend, lassen alle Bergleute ihre Familien, ihre Omas und Opas unterschreiben, weil sie zeigen wollen, dass angeblich die Mehrheit weiterhin für Braunkohleverstromung sei. Wir sollten deutlich machen, Schall und Rauch verhindern bedeutet für uns, eine andere Form der Energiepolitik, eine andere Form der Verkehrspolitik und vor allen Dingen auch eine andere Form der grundsätzlichen Politik durchzusetzen. Deshalb unterstützt auch diese Initiative. Jetzt muss ich mal schnell meinen Abschluss suchen, ich bin gleich zu Ende. Völlig überraschend, der Abschluss war ganz hinten. Liebe Freunde und Freunde, ich bin gefragt worden, was kann ich empfehlen zur Wahl? Ihr wisst selber, was ihr wählt. Dazu sage ich nichts. Ich selber komme seit 30 Jahren übrigens mit dem Verband der Naturfreunde aus der Überzeugung, Wahlen alleine werden die Gesellschaft nicht verändern. In der parlamentarischen Demokratie sind sie wichtig, aber der Widerstand auf der Straße muss die Menschen, die im Parlament sitzen, gleich welcher Couleur dazu zwingen, vernünftige Politik zu machen. Was ich euch empfehlen kann, liebe Freunde und Freunde, lasst uns gemeinsam den Herrschenden im Kanzleramt, wie auch im Roten Rathaus, entgegenrufen. Ihr denkt, wenn ihr uns beschimpft, dass wir beleidigt uns zurückziehen. Nein, nein, wir werden aufrecht gehen und eure falsche Politik bekämpfen. Ihr denkt, wenn ihr unsere Argumente für falsch und für blöd erklärt und Lügen verbreitet, werden wir schweigen. Nein, wir werden eure Lügen aufdecken und euch inhaltlich widerlegen. Ihr denkt, wenn ihr lange genug falsche Politik macht, werden wir müde. Nein, wir werden heute, wenn es sein muss, später mit unseren Kindern gemeinsam gegen eure falsche Politik kämpfen. Und ihr denkt, wir lassen euch gewähren. Nein, wer unsere Zukunft gefährdet, den setzen wir uns in Widerstand entgegen. Lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns gemeinsam zivilen Ungehorsam entwickeln und lasst uns gleich, wer regiert, sie nicht in Ruhe schlafen können, damit diese Gesellschaft endlich anders wird. Dankeschön. Ja, wir wollen keinen Lärmteppich. Das ist das Ziel unisono von allen, die hier von den Bürgerinitiativen gesprochen haben. Und das ist sicherlich eine Forderung, die man nachvollziehen kann. Aber wir haben auch schon gehört, dass immerhin der Fluglärm um 50 Prozent in den letzten Jahrzehnten reduziert werden konnte. Was die Flugzeuge anbetrifft, Technologie, Technik, neue Möglichkeiten zur Reduzierung des Lärms, Die sind gefragt und die werden auch umgesetzt. Ein Beispiel, wie man bei Triebwerken erheblich an Fluglärm einsparen kann und reduzieren kann im Folgenden. Die Zukunft des Luftverkehrs bringt für die Entwicklungsingenieure ganz neue Herausforderungen. Nicht schneller, höher, weiter sollen die neuen Flugzeuge des Jahres 2020 fliegen, sondern vor allem weniger umweltschädlich. Bis zum Jahre 2020 wollen die Ingenieure, die sich mit dem Thema Flugzeug beschäftigen, den Brennstoffverbrauch und damit den CO2-Ausstoß um 40 Prozent reduzieren, die Schallemissionen um die Hälfte. Im Münchner Bauhaus Luftfahrt, dem deutschen Think Tank der Luftfahrtindustrie, will man diese Aufgaben in drei Kapiteln abarbeiten. Kapitel 1, Struktur und Gewicht. Gewaltige Potenziale bietet hier eine vollkommen neue Flügelstruktur, von den Entwicklern als Boxwing bezeichnet. Der Boxwing ist eine besondere Tragflächenanordnung. Zwei unterschiedliche Tragflächenformen werden am Ende miteinander verbunden. Diese Verbindung ist aerodynamisch äußerst günstig und führt zu einem sehr stabilen Flugverhalten. Ein solcher Flügel hat hohe Effizienz und sehr geringes Strukturgewicht. An diesen Boxwingen haben wir gekoppelt im Prinzip einen delphinförmigen Rumpf. Jeder weiß, dass Delfine relativ verlustarm schwimmen. So ähnlich tut es dann auch unser Flugzeug. Und diese Rumpfform macht es uns möglich, so ähnlich wie beim A380, ein Doppeldecker-Konzept in den Rumpf zu integrieren. Also ein unteres Deck und ein oberes Deck. Effizienzgewinn 25 Prozent, lauten die Berechnungen. Kapitel 2, Performance. Also die Leistungsfähigkeit des gesamten Flugzeugs, insbesondere die der Triebwerke. Der Sound eines Düsentriebwerks könnte bald weniger auf den Flughäfen erklingen. Denn es deutet sich ein Comeback an. Das Comeback des Propellers. Düsentriebwerke sind zwar extrem leistungsfähig und erlauben hohe Geschwindigkeiten, sind dafür aber extrem durstig. Der 15 Prozent langsamere Propeller ist dagegen fast ein Hungerkünstler. Zumindest der gesamte Verkehr innerhalb Europas bietet sich für den Propeller an. Man kann sagen, dass man durch ein Propeller-Triebwerk heute noch im Vergleich zu den modernen Triebwerken nochmal wieder 30 bis 40 Prozent Brennstoffeffizienz gewinnen könnte. Das Problem des Propellers? Der Propeller liegt frei und ist dadurch extrem laut. Allein schon deshalb ist das Düsentriebwerk bei den Passagieren viel beliebter. Technisch lässt sich das Problem heute lösen. Zwar können die Flugzeugentwickler den Propeller vom Grundprinzip her nicht leiser machen, aber er lässt sich in das Gesamtsystemflugzeug anders einbetten. Selbst eine große Anzahl von Propellern für Großraumflugzeuge wird vom Geräusch her erträglich, wenn man ihn wie ein Düsentriebwerk einfach einpackt. Wir verfolgen insbesondere die Idee des ummantelnden Propellers in der Form, dass wir Rumpfstrukturen oder Leitwerkstrukturen dafür hernehmen, um den Lärm abzuschatten, sodass er nicht an die Bevölkerung unten durchdringen kann. Kapitel 3. Die Verkehrsführung. Fliegen von seinem Ablauf her effizienter machen. Dabei denken die Ingenieure an grundsätzlich andere Ab- und Anflugverfahren. Heute verlassen die Flugzeuge nach dem Start das Flughafengelände und belästigen bei ihrem Steigflug mit ihrem Krach die darunter lebenden Anwohner. Deshalb wollen die Ingenieure die Startphase verändern. Das Flugzeug soll sich innerhalb des Flughafengeländes auf die Hörgrenze von 1000 Meter hoch winden und erst dann über bewohntes Gebiet fliegen. Dafür werden zusätzliche Gebläse in den Flügeln benötigt, welche für stärkeren Auftrieb sorgen sollen. Eine technologisch teure Entwicklung. Von der wirtschaftlichen Rentabilität sind die Experten aber überzeugt. Die im Heck installiert sind, heute schon gibt es Lärmabgaben, heute schon sind die Flugzeiten beschränkt. Und wir wollen ein solches Flugsystem ja entwerfen für einen Commuter, ein Zubringerflugzeug, was Regenverkehr erzeugt. Und da ist der Lärm sicherlich ein ganz entscheidender Punkt. Ganz ohne neue Technologien und viel effizienter lässt sich fliegen, wenn man die Geschwindigkeit etwas drosselt. Statt Mach 0,85 nur noch Mach 0,72. So schnell ungefähr wie ein Propellerflugzeug. Dafür gibt es einen reichlichen Effizienzgewinn. Als Passagier möchte ich ja eigentlich nur schnell und komfortabel von A nach B kommen. Wenn es jetzt gelingt, die Abfertigungszeiten, Wartezeiten, die Check-in-Zeiten am Flughafen zu beschleunigen, dann kann ich mir durchaus leisten, langsamer zu fliegen und trotzdem zur gleichen Zeit an meinem Zielort anzukommen. Wenn ich etwa 10% langsamer fliege, dann habe ich den Effekt, dass ich 25% weniger Brennstoff verbrauche. Das heißt auch wieder 25% weniger CO2. Dieser Dimensionssprung in der Effizienz lässt sich sofort erreichen, ohne auch nur eine einzige Schraube an den Triebwerken verändern zu müssen. Die Zukunft des Luftverkehrs kann also sofort beginnen. Nicht schneller, höher, weiter lautet das Ziel, sondern langsamer, leiser, effizienter. Es ist das alte Dilemma zwischen Ökonomie, also der Wirtschaft und der Ökologie, also der Umwelt, die hier die Bürgerinitiativen umtreibt. Denn natürlich brauchen wir den Flugverkehr, wir brauchen ihn für die Passagiere und für die Fracht. Viele der hier Protestierenden haben sicherlich das ein oder andere in ihrem Besitz, was per Flugzeug transportiert worden ist. Aber auf der anderen Seite, die Anwohner müssen auch geschützt werden. Es muss Verfahren geben der Flugleitung. Es muss neue Technologien geben in der zum Beispiel Triebwerkstechnik, wie wir gehört haben, um Lärm weiter zu reduzieren. Es muss also letztendlich ein Kompromiss gefunden werden. Und wenn beide Seiten versuchen, diesen Kompromiss zu finden, bin ich sehr zuversichtlich, auch nach der heutigen Diskussion und nach den Aussagen, die wir hier gehört haben, dass ein solcher Kompromiss möglich ist. Vielen Dank für Ihr Hintergrund.